Morgen Jungs und Mädels. Wir spielen endlich die Version 06. Ich habe jetzt im Gen-Jock ein bisschen misscrollt, glaube ich. Ja, mach. Oh Gott, jetzt kann ich das jetzt verlesen, du Spackhoch. Nein. Alles nochmal neu. Äh, Moment. Natürlich. So. Äh, jetzt geht gar nichts mehr. 07. Ja, als ob es da anliegen ist, so blöd bis das Fenster zu wechseln. Ja, geht weiter. Oder so. Ach so, ist blöd. Verdauntings. Morgen Jungs und Mädels. Es geht weiter bei SCP Containment Breach. Wir sind jetzt bei der Version 06. 06. Der Gen-Jock ist jetzt ein bisschen eskaliert, aber... Ja, also. Enable Intro. Ich glaube, ich bin am Ende der Folge noch nicht fertig. Falls es im Intro Neuigkeiten gibt, dann sehen wir das. So, was haben wir hier? Another Exit and More Endings. Ist mit Another Exit... Du bist eine eklige Sau, Alter. Mit Another Exit Gate B gemeint? Ne, das gab es vorher schon. Ja. Oder stand auch im Gen-Jock. And More Endings. Ja, aber es gab zuerst gar kein Ending und dann Edit Gate A und B oder irgendwie sowas. Multiple Endings. Okay. Ich weiß es nicht. Ähm, dann haben wir hier Crouching and... Müssen wir jetzt in Gen-Jock scrollen und das geht grad schlecht. Crouching and Hiding Mechanics. Also du kannst jetzt... ...kriechen und dich verstecken. Wie kann man sich verstecken, bitte? Also kriechen... Ja, versteck dich mal unter dem Bett. Mach ma. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann nur Crouch machen. Mach ma. Ich kann nur Crouch machen, aber nicht Crowen. Improved Intro Sequence. Still a Work in Progress. Ah ja, genau. Das ist ja neu. Das ist neu, dass man jetzt in dieser Zelle... Echt? Da gab es es schon. Echt? Ja, ich glaube, da haben wir uns schon mal drüber gewundert. Ja, stimmt. Das ist sogar in unserem angsten Video. Better Class D Models, although there are still just Placeholders. Also die Testobjekte da in dem SCP-173 Container. Mhm. Die anderen Class D. Hat er jetzt improved, aber es sind immer noch Placeholders. Also guck sie dir mal an. Was haben wir hier noch? Alter, ich bin grad bei nicht mal einem Viertel. Improved? Ah ja. Äh, hä? Der hat ein Mustache, Alter. Moustache. Schaut aus wie so ein Pädophiler, irgendwie. Voll, man hat sich grad bewegt. Da hast du die Placeholders. Schreib da auch noch drauf. Für ein Thumbnail? Hier könnte ihre Werbung stehen, oder? Thumbnail? Sowas? Ja. Ja. Improved MGFAI. Now they head to the last location. The player was spotted in and they start rapidly searching for him. Was kommt jetzt? Äh, wusstest du das? Was? Das wusste ich nicht mal. Ah, guck mal, der schaut nicht mehr wie ein Sauglock aus. Jaaaa! Ah ja, und es passiert übrigens nichts, wenn er dich hier anguckt und dann schwarz wird. Du hast gar nichts zugehört. Ja, hab ich nicht. Sag's nochmal. Der hat die KI von den MTFs verbessert, das heißt, die followen dich jetzt richtig. Die machen keine Crossmap-No-Scope-360. Und das wusste ich nicht mehr. Crossmap-No-Scope-360. Die haben jetzt keine übernatürlichen Fähigkeiten mehr. Und was ich überhaupt gar nicht wusste, die versuchen SCP-106 zu recontainen. Wusstest du das? Die MTFs? Ja, steht da. They'll also try to recontain SCP-106 when they reach its chamber. Doch geil, oder? Ja, probieren die dann die Positor hier durch sich führen oder was? Gebrechen dem einen in sein Ding, Alter. Sein Bein. Das würde ich gerne mal sehen. Wenn wir den Raum finden, dann machen wir Spawn MTF oder sowas. Ja, dann werden die sicher nicht den Container, sondern die werden nicht erstmal terminaten. Wir machen terminate. Wir machen vor allem auch God-Mode. God-Mode. Okay, ja. Was haben wir noch? Ich habe eine Level-1-Karte. Oh, Junge, wusstest du, dass es noch gar nicht vorher da war? Ein Injury-Blood-Loss-System. Ich wusste, dass es es gibt, aber nicht, dass es jetzt erst eingeführt. Und zwar steht da... Ach, wahrscheinlich sind wir deswegen mit dem One-Shot. Es ist jetzt möglich, auch wenn es sehr schwierig ist, nach einem Schuss zu überleben. Ja, okay. Deswegen sind wir auch gerade eben direkt gestorben. Das habe ich mir gerade eben gesagt. Ja. Bist du übrigens immer noch keine Kicker? Bist du der Einzige, der mir zuhört? Ja. 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 Ja, Scheiße. Kann ich ja nicht. Okay. Headshots are still instakill. Instakill. Auch ein schönes Vorbild. Oh! Type injure und dann kannst du eine Zahl von 1 bis 5 eingeben und dann kannst du testen wie das mit den Verletzungen geht. Also es gibt anscheinend Verletzungen in 5 verschiedenen Stufen. Oder 6. Wenn es von 0 bis 5 geht, dann sind es 6 Stufen. Schusssichere Weste. Neues 106 Model. Wie ein Model. Wahrscheinlich macht er jetzt ab jetzt nicht mehr den hier. Ja, den kannten wir nämlich gar nicht, diesen Move. Den hat er uns geteacht. Dann... Tutorial. Ja. Schon mal machst du so. Dann hat er hier den... War viel besser. Some new scripted events. Was für scripted events? Oh! Oh! Ducky! Du 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 du. Äh... Jetzt ist es weg. Wir spielen den Sound trotzdem ein, oder? Sehr gut. Dann haben wir hier 914 Improved. Das Model. Das waren da. Vielleicht hat er jetzt Zahnräder hingemacht. Die waren doch voll nicht da. Das waren da. Wo? Ich glaub dann... Boah! 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 Das war ein guter Schock. Boah! Dann haben wir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Da waren wir doch nicht. Now it will move around the facility more actively. Ja, gut. Okay. Auch nicht gut. Some new rooms. Also nicht nur einer, sondern SOME. Vielleicht den da? Der ist ja auch neu. Kann gut sein, ja. Und ich hab keine guten Erinnerungen an den Raum. Jump. Der jumpt. Ja, das ist auch passiert. Da kannst du erst der und kurz danach kann der andere gesprungen. Ich weiß ja auch noch, weil in der Replay sieht man den da. Gehen wir weiter, bitch. Noch einer. Jetzt ist er da, oder was? Hat er da unten Tür, oder? Von einem zum anderen gehört. Ein Zoom-Effekt, wenn du 173 und 106 anguckst. Was ist so lustig? Dann bist du immer noch auf dem Schenkschlok. Ja, dreiviertel Hammer. Console Command for Spawning Items. Ein- Ah, die Ente! Die Ente ist jetzt erst drin. Ah ja. Anomalous Duck, oder was? Wir haben es gleich, ja. Der Anomalous Duck. Anomime Anomime A ton of small bug fixes A ton Also Not a kilogram Nochmal soviel wie er gechanged wurde Nochmal als bug fix quasi Oh, and a last minute edition SCP Hä, was? 96 Ah, Edition 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 Mit zwei Achja, übrigens was in Changelog steht ist Version 05.5 Die ist aber im Forum Von alten Versionen nicht dabei Was? Die 5.5 meinst du? Ja, da endet es mit der Boy Ah, da ist er Glückhaft Boy, da ist der Dude Habe ich intuitiv korrekt gemacht Also es steht Und SCP-096 hat ein Placeholder Model Made by Mirocane Warte mal, lass mich mal hier Gameplay und Facecam synchronisieren Das ist nicht Das ist nicht meine Final Form Müsst mal so ein Bild einblenden Kennst du das? Da gibt es das Bild mit dem Gameboy Wo dann diese Lupe Mit der Lampe dran Ja Ja Vor allem hier Ey Ich hatte auch so eine Scheißlupe Ich glaube ich hatte auch mal eine, hab's nur einmal berufs oder so, weil ich es so ewig gut fand Es ist auch sau behindert Aber die hatten halt früher keine Beleuchtung, die Gameboys Ich weiß nicht, ob irgendeiner von unseren Zuschauern mal einen Gameboy hatte, wo er keine Beleuchtung hat Das ist ziemlich scheiße Ich hab keine Ahnung, was ich mach Ich saß da halt immer unter dem Dachfenster, damit ich was gesehen hab im Gameboy Also Ninetale Fox ist auf jeden Fall And the race Ja Ey, wir können ja mal vorlesen, was in 0.5.5 geändert wurde Auch wenn wir die Version nicht spielen Kommt er? Ne Und zwar haben wir hier ein Animated MTF Model Was heißt denn animated? Animated heißt das Ach so Jetzt weiß ich, was er meint Ne, aber ist er denn vorher einfach nur geslided? Hat er sich nicht bewegt? Hat er sich doch auch bewegt, oder? Egal Slightly improved MTF AI It's still quite buggy though Gate B works again It's no longer possible to clip through the ceiling in the cylindrical tunnels Dr. Maynard, was was? Sie macht ein 6 Yeah, but I don't know if it was for him No, I think it was for him SIRB8, all right He had some weed? No weed or wanders Nothing needed And somehow here in the changelog is 2x the version 0.5.5, right? Yeah With bug fixes And the size of the player is over there Really? Finally fixed the access code in the burnt node Also hast du gehört Wenn wir einfach mal den changelog damals gelesen hättest Dann wüssten wir das Da wüssten wir halt ziemlich viel schon, weiss? Bisschen viel wie Alex B Naja, jetzt übertreiben wir das ja Das schaut jetzt echt wirklich normal aus, das finde ich gut Ja, aber ich glaube danach hat er nochmal geändert und dann sahen wir dann ein bisschen scheiße aus So dunkel irgendwie, ne? Das ist dunkel, ne? Shit Schia Ey, wolltest du... Warte mal, wolltest du nicht einen Speedrun machen? Wollte ich eigentlich, aber hat nicht so ganz hingehauen Oh gut Dafür haben wir jetzt hier einen 10 Minuten changelog vorgelesen So, warte mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Das ist der Titel dann für die Episode, oder? Changelog Langer changelog Changelog Episode Ich weiß eh nicht, was passiert ist, weil ich die ganze Zeit da lese hier irgendwie Da, okay Ich bin jetzt da, wo ich vorher noch nicht war Ähm, irgendwas würde ich machen, aber nicht da stehen bleiben Ja, ich hab versucht, äh Oder meinst du, der ist wieder da unten? Wo er vorhin war Die beiden so lokal sind immer noch Ne, das kommt jetzt von links oben irgendwie Jo Oh Gott, schaffen wir das? Woah, der ist da unten! Aaaaah Aaaaah Schmerz Danke, germinated Ja, was machen wir jetzt hier wegen 096? Ich will das eigentlich sehen Dann Wir machen den Cut und wir machen den Raum Echt? Ja komm Oder Spawn SCP-096 Yo 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 Probier's jetzt einfach mal Äh Wir probieren das hier Genau Mal gucken, was dann passiert Nix Crash vielleicht Und Kita Kita Kitamon bis jetzt Was ist denn jetzt dieses Live, sag mal? Mit Stevia Ach so, ah, ja okay, das wusste ich Ne, das hab ich schon mal irgendwie gefragt Coca Cola mit Stevia Ja Ist besser als äh Hier Zero Mhm Weißt du was noch besser ist? Zu widerlich Wasser Ne Wasser ist noch besser Ja, Wasser ist da auch drin Spaß Zutaten Oh mein Gott Was war denn das jetzt? Du bist so dumm Warum kann ich kein normales Kind haben? To predict the movements To predict the movements Weißt du was ich mein? Du hast dich schon wieder eingepinkelt Warum kann ich kein normales Kind haben? Ja, ich bin bekannt vor, aber der Zusammenhang irgendwie gerade nicht Weil ich gesagt habe, oh du bist so dumm, warum kann ich kein normales Kind haben? Ja To predict the movements Fangen die Being Kunstes Wort Being Nein Being Das ist sowas wie ein Sein Ja Human Being Noch nie gehört Ja Das ist mehr so Wesen Ja Ja Aber Being Ein bisschenes Verb To be In der Innenform Ja Soll es hier spawnen, aber der Raum ist dunkel Nein, nächsten Raum, wo es vielleicht Ist da heller Nein, nächsten Raum, wo es vielleicht Und tot Das ist doch wieder die selbe fucking Map, ach so dass wir dann selben Maps hier irgendwie machen Ja Oh Entschuldigung Ja gut, ich spawn den jetzt hier Wenn es geht Geht das überhaupt? Spawn? Geht doch gar nicht, oder? Klar Spawn Item Geht doch aber nicht NPC Nein, also dann, was machen wir jetzt? Dann machen wir da echt einen Cut, wo ich es gesagt habe Ja Ich bin diesmal nicht gestorben, als ich durch diese Tür da bin Ja, weiß nicht, mach mal nen Cut Ja, weiß nicht, mach mal nen Cut Äh, was haben wir eigentlich als letztes gesagt? Nee, ich will das jetzt rausschneiden hier, was wir bis jetzt versucht haben Ja, das ist ne gute Idee, was haben wir gesagt? Ich hab gesagt, wir machen dann hier einen Cut und dann bauen wir eine Map Das hat leider nicht geklappt Ja, oder wir machen das Ja, es gibt doch noch nicht mal einen Map-Creator Das geht doch gar nicht Das sagen wir Und das schneiden wir einfach jetzt dran Ich weiß aber nicht, was wir gesagt haben Müssen wir es jetzt erst angucken und dann hinterher das etwas drauf nehmen Nein, wir haben Also, es gibt keinen Map-Creator, das müssen wir sagen Ja Bist du los? Wir lassen es einfach so drin Oder nicht? Oder war das jetzt zu blöd? Jetzt gehört es nicht mehr drin Jetzt bleibt es drin Wir hatten schon lange keine so richtige Kack-Episode, wo wir scheiße gemacht haben wie früher Ja, das ist jetzt wieder ne Kack-Episode einfach Ja Damit zur Kack-Episode erklärt Unchangelock Ungeschnitten Ja, war gut Ja, dann auf jeden Fall probieren wir nächstes Mal nochmal die Version 0.6 Wegen diesen Hier Unofficial Unreleased SCP 0.96 Placeholder-Model Ja Das interessiert mich schon, ich möchte es sehen Ich möchte ein bisschen Das ist not evil Even Even my final form Wir müssen uns aber echt was Gutes überlegen für den Pump-Nelder Und für den Titel, Junge Ja, das ist not even Ich muss schon wieder sagen Not in my final form Ja, dann Du weißt Bescheid Nächstes Mal nochmal die Version 0.6 Solange die Version 0.6 bis wir den fucking 0.6 finden Oh, wie schaut denn das aus? Ja Bleibt geschmeidig Bis zum nächsten Mal Jungs Äh, tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss